Ich habe nur das Tron-Bike-Alter mal gehabt und so, aber dass sie da wirklich Rennen draus gemacht haben oder so, krass, einen Moment, ich muss mal kurz auf Klo, haben auch kurz den Stream neu gestartet, weil mittlerweile 114 Minuten schwer im Video davor, es gibt so viele neue Sachen, es gibt sogar einen Kit von Knight Rider und du kannst sogar den LKW kaufen und ach, Bunga kannst du dir kaufen und Büros und hast du nicht gesehen, ey, es ist unglaublich, wie sie den Multiplayer hier supportet haben, ey, kann man echt nichts sagen, ey, wir sind jetzt danach Jahren wieder eingestiegen und... Gab's doch mal irgendwas, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das so gut angekommen ist, irgendwas gab's doch mal von... Ja, das würde sehr gut passen, nicht... Aber es gibt irgendeinen Tron, ich weiß nicht, ob das ein Rennspiel ist, keine Ahnung... Coolio, ich habe mittlerweile den Anruf von Lester gekriegt für unseren neuen Raubüberfall, ey... Weißt du, ob es ein Tron-Spiel gibt? Ein Tron-Spiel, ähm, ich glaube 2-3 sogar, oder nicht, ey, damals auf dem PC, bin ich mir ganz sicher, das war sogar richtig gut... Und jetzt zu 360-Zeiten haben sie zum aktuellen asozialen Film doch noch ein Spiel rausgehauen, das hat auch so 60er, sogar 70er-Wertungen reingehauen, ey... Ey, du bist so leise, Citrus, alter, ein bisschen... Also Zinder schreit da ein bisschen mehr raus... Aber alles gut, ich habe jetzt mal den Spielsound ein bisschen leiser gestellt... Und da ist einer mit Sumo am Start, Digga, guck mal aufs Handy, guck mal aufs Handy, Zinder... Einladung Ferrari, alter, in der Mitte... Für Sumo-Ring, ich gehe da mal notfalls rein und lade dich ein... Ich habe da nichts... Okay, dann lade ich dich ein... Was? Ne... Ein kleines... Aber das ist, was ich meine, dann... Es gab da bei Rocket Beans, wo wir eins gezockt haben... Ich weiß nicht, ob das das war... Ich habe es immer noch nicht verstanden... Wett, 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 Watt... Wipeout... Ach, Wipeout... Ach so, du meinst, das ist ein Fake, alter... Interessant, für 40 Euro, ne, das wollte ich mir mal auf dem Marktplatz angucken, ey... Wann kommt denn das raus? Hast du auf den Release-Datum mal geachtet? Interessant, haben mich halt richtig Leute am Start... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung... Ähm, fuck, 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 fuck... Ey, ich saug da alles auf, was geht... Future Racer, alter, vermiss ich wie die Pest nochmal... Fuck, alter... Lucana hat mich gerade als Freund hinzugefügt... Aber ne, ey, selbst in Ultra schlecht ist ein Future Racer noch meines Hirnsprengens würdig, alter... Ey, ich vermisse mein Xtreme G so sehr, es war das Beste aller Zeiten, ey... Ich stehe ja eigentlich mehr darauf, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, als mit diesem Gleiter-Shit durch die Gegend zu schießen... Ich bin aber immer her damit, finde ich auch dufte, ey... Ich bin aber nicht mit dir im Team, Zinder, hast du es noch in die Lobby geschafft? Zinderlein... Der Spieler... Reichtest du zuschauen? Ja, Mann, Chase schon, ey... Hey, da kann ich nichts für, mittlerweile hast du Zeit hier noch gehabt, du, ey... Hey, du schlafter Blätter drinnen... Ey, ich kann nur nicht so wühen, später überhaupt die Rakete durch... Ich kümmere, halten Sie doch mal das Maul jetzt! Pfff... Ich will mir richtig diskriminieren... Und was musst du dir angucken? Ein Video von Redout... Okay, wir Sumo-Ringen jetzt hier eine Runde, Alter, auf den Dächern von Los Santos... Und ich hab's direkt verkackt, oder was? Nee, doch nicht, alles cool, ich bin nicht mehr am Start... Haha, ist das ein Scheiß-Spiel... Ja, wie ist das, wenn du dann runterfällst? Ja, dann explodierst du sofort, sobald du, Alter, den Grip vom Dach verlierst... Ach was, ey, das ist ja geil, ne? Das ist doch ein cooles Minigame... Alter, zwischendurch kann das aber echt zermürbend sein, muss ich sagen, ey... Ich bin da auch schon eine Minute lang mit dem Letzten um den Baum gefahren, ey... Guck wie die beiden... Ja, dann war die einfach... Aber wir kriegen ja auch doppelte Erfahrung und doppelte Gelder... Also, ich hab doch heute 32.000 kassiert, ey... Das Ding ist, das ist auch ein kleines Team-Teil, Alter, die sind da zu zweit... Also in Zweierteams... Und da müssen wir mal gucken, ob die uns gleich zusammenpacken, weil ich dir ja auch eine Einladung geschickt hab, ey... Vielleicht können wir auch unser eigenes Team einfach gründen mit Blackjack... Du, 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 du... Du, du, du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... 40 Euro ist auch ein steiler Preis, dafür muss das grafisch schon ganz schön was bieten... Ja, ist das ein... Das Redout, ey... Dafür könnten sie es ja eigentlich auch mal... Ey, wenn das einen fetten Online-Multiplayer hat, könnte ich das mit Toaster durch zwei teilen, ey... Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das Schmuckstück, Alter, auf der Wii heißt, ey... Mittlerweile Switch, aber, ähm... Fast Racer FX oder so, das ist auch grandios und dafür hab ich mir schon stellenweise eine Wii dargestellt, ey... Hast du dir den Beef angeschaut, den letzten von Rocket Beans? Da haben die das doch sogar gezockt vom fickte Scheiße... Da haben die doch eins gespielt, ne? Mit Dennis und Co, Alter, ne? Genau, da haben die das doch gespielt, sonst... Ja, 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 da haben die das als erstes oder zweites Game gezockt... Ich glaub, das ist das sogar... Das ist richtig Hammer... Das ist aber nicht dieses Redout, Alter, wo von Citrus spricht... Okay... Das ist Switch exklusiv und auf dem PC am Start... Alter, wie der da über ihn rüberjumpt... Er ist so voll das Gladiatoren-Battle, so... Befreit den Löwen und den hat's jetzt fast umgekippt... Ich krieg das Kotzen, ich kann mir das nicht mehr anschauen... Können die sich jetzt da mal bitte zur Hölle schicken, ey? Ja, Mann, die kommen auch nicht klar da, ne? Fuck off... Zinder, tu irgendwas, ey... Schrei die an oder so... Guck mal, was die da für Stunts machen, Alter... Wie im Zirkus, ey, guck mal... Du, 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 du... Was trägt, ey, das dauert ja wirklich lange... Aber wir haben noch 30 Sekunden, was passiert dann? Ey, aber die kriegen sich auch nicht geschoben... Weil die Superwagen einfach übereinander rüberfliegen, ey? Ja, schon... Guck mal, ey, jetzt begatten sie sich, ey... Das hat auch ein bisschen was von, äh... Discovery Channel, ne? Also sich vögelnde Tiere... Noch ein bisschen rumtänzen und sich dann besteigen... Natürlich der Level 273, aber den werfen wir jetzt vom Dachzinder... Und warum? Weil wir es können... Ey, ich hoffe nicht, dass du jetzt das ganze Ding da jetzt durchgucken musst... Weil das ist in Runden aufgeteilt, ey... Da ist Zinder, der Arme... Als Zuschauer verdonnert... Ey, wir sind ja auch 2 gegen 3... Wie asozial ist denn das eigentlich? Können die jetzt mal Zinder bitte auf unser Team hier packen... Und dann ist das hier ein fairer Kampf, ey? Ja, please... Also müsstest du bei uns sein... Yeah, baby... Julio... Ist das ein Scheiß, ey? Ganz ehrlich, ey... Fuck, fuck, fuck... Ich benutze diese Leute auch als Sprungschancen... Und spring fast vom Dach, ey... Steht schon mal 2 zu 1, Jungs... Sind ganz gut hier unterwegs... Da hab ich mich gerade am Joint verschluckt... Den schiebe ich, den schiebe ich, den schiebe ich, den schiebe ich... Yeah, baby, der ist entfickt, Alter... Ja, ich hab auch... Das ist ein Ragen-Chicken-Chicken-Burger... Ja... Man findet nichts mächtig... I don't know... Oh, Honey... Kennt ihr noch aus den 90ern? Das schmeckt so richtig bei, oder? Honey... So, Honey... I'm Honey... 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 Tonight... Inwiefern... Nein, ich hab das noch gar nicht gespielt... Die Stunde hebe ich mir noch auf... Das killt dir nur dann wieder Spielzeit fürs In-Zu-Gehen... Und all so'n Kack... Und am Ende kannst du eh nicht spielen... Und dir nur irgendwie die Optionen reinziehen oder so... Deswegen scheiß drauf, bis das fertig ist... Ja... Ja, das nehm ich schwer an, Tim... Aber gut... Denk ich auch... Und auf zur nächsten Runde... Alter Schwede, Mann! Uns hat's richtig im Kreis gedreht! Und ich bin runter, ey! Wir sind aufeinander zugefahren... Und wurden 10 Meter in die Luft geschleudert, ey! Kacke! Er ist leider auf nem... Reifen gelandet... Wie ne beschissene Katze... Dup, dup, dudel, dup, dup, dudi... Hier sehen sie die Vollidioten in der Arena! Wie sie sich mit ihren 300 Millionen Euro Autos zu breit fahren... Und da hat's Zendervischt! Wir spielen Sumoring... Ey Ferrari du dummer Affe, Alter! Aber wenigstens müssen wir jetzt hier nicht nach... Ja, das ist einfaches Prinzip, aber... grandios scheiße eigentlich umgesetzt ho die kürzelt die leute die lüte die lüte wien die lüte als sogar schon fertig drauf oder aber er ab der tritt mit dessen 2 Ach so, ja, Disc mäßig, ne, aber gut. Was die Verbindung ist, du bekommst, jetzt fehlt auch noch ein paar Wochen. Echt, ohne Scheiß, bei mir nicht, ey. Wir sind jetzt auch nur noch 2 gegen 2, das ist ja ganz komisch. Ja, das ist echt merkwürdig. Geh den Scheiß. Ja genau, warte, aber ich muss die gerade hier, guck mal vielleicht, ob du mir beitreten kannst, wo schmeißen die mich eigentlich raus? Was soll denn das? Hallo, jetzt bin ich im, äh, Ding, im... Aber lustigerweise ist auch aufm... What the fuck? ...also, beim anderen Team einer geflogen, er ist zumindest fair geblieben, ey. Wow, 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 voll verkackt, Alter, ey. Na, ich trete noch ein Online-Mobil-Spawn. Scheiß doch mal drauf, mach doch irgendwie ein cooles Stunt-Rennen noch an und lad mich ein, ey. Zoom ist doch auch, fuck. Es gibt noch irgendeinen Scheiß, der mal... Ja, es gibt noch irgendeinen Scheiß. ... noch was bringt oder so, aber drauf geschissen das mal. Fun und... Spaß! Auwe Bistorm! Auwe Bistorm! Warum machen wir das Tron-Ding dich? Ach ja, genau. Genau. Geiler Scheiß! Woll dich ja, Mann. Woll dich doch machen, du hast gesagt, nein. Ey, ich lass mir das nisch ankreiden hier, den Scheiß. Ey, ich hab 18.000 gerade gekriegt, cooler Kacke. Ich sag, okay, Tradeshoes, kein Problem. Und spielen wir das halt nicht. Ich wollte, da hat das nichts Sinn da. Du verzeih mir an dieser Stelle nochmal. Ist gut, ich verzeih dir. Ich küss dir auch deine virtuellen Füße, du Arsch, ey. Peace, bro. Wir sind beide zusammen in der Crew, siehst du das? Boss, baby. Ja, GTA Online-Sitzung wird beigetreten. Das dauert bei mir noch einen Moment. Witten gehen, right, baby. Chicken and my daddy. Ja, war ganz super Gesamtergebnis. Richtig klasse. Darauf haben wir getan. Weißt du? Ja, auf jeden Fall, Alter. Zusammengeschmiegt auf der Tanzfläche. Beim Beitritt zur Sitzung ist dein Fehler aufgetreten. Mach mal das Tron-Ding an und lad mich ein, Digga, ey. Alter Sumo-Ringen auf den Berg, ey. Ey, das ist ja geil, aber auch, ne? Scheiße. Ja, das ist mies, Alter. Schlitzen 2, lass mal Schlitzen, ich lad dich jetzt ein. Lad mich doch mal ein. Mach ich jetzt ein. Schlitzen, Alter, hast du das schon mal gespielt? Keine Ahnung, hast du das schon gespielt? Ich nicht. Ja, mit dem Meerwolf, Alter. Ist das so, mit dem Lykaner oder was? Schlimmer als Fresno. Ja. Ey, das muss ich natürlich auch sagen, Alter. Ja, bei Red Dead Redemption sind die hart eingeschränkt, ey. Was gewisse Abwechslung angeht. Ja, also da wird's auf jeden Fall ne Fortsetzung von Undead Nightmare geben, dem DLC, nehm ich auch an. Oder was heißt Fortsetzung, ist dann ja ein Prequel, ey. Tatsache auf jeden, ey. Du spielst die Gang von Marshall Bravestar, oder wie er nochmal hieß, ist lange her, Alter. Bravestar, Bravestar, eyes on a hawk, even a man. Bravestar, Bravestar, das sind zehn Jahre oder so, Alter. Ja, das ist ja irgendwie, dass da Scheiße gelaufen ist mit der Gang und so. Dann hat sich John Marston, so war der Name hier, süßen Alter. Ich hab dir ne Einladung geschickt, Sinder, warum bist du nicht hier drin, ey. Okay, komm, komm, komm. Ich muss den Cut nochmal neu starten. Ey, ist so ein Rotz, ey. Was denn? Was denn? Ich hab grad nen Faden verloren. Ich hab grad nen Faden. Abgelehnt. Deine Mutter hat abgelehnt, Volioli. Der Beda. Der Beda. Doch, das ist Tronding. Das verwandelt sich, wenn du dann von dem Berg runterstürzt in so eine morbide Trond mäßige Welt und dann zieht der ne Nase Koks und kleine Elefanten steigen dir aus'm Arsch, ey. Vier in Losing in Las Vegas 2 und so. Nein, das ist jetzt noch irgendwie ein anderes Ding. Nein. Zinder, 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 Zinder. Startest du das Spiel neu? Startest du das Spiel neu? Ja. Okay, Kacke, ey. Dann werd ich wohl jetzt eine Runde Schlitzer spielen müssen. Das ist aber nicht Schlitzer, das ist Sumo. Die haben mich einfach übergangen. Oh ja, das ist gut, wenn du da alleine bist, ey. Du wirst dich jetzt einscheißen, ey. Ja, aber leider nicht, weil Schlitzer ist nicht gekommen, ey. Voll der Kacke. Schade. Mir stoße jetzt die anderen Teams von der Insel. Nächstes Mal, wenn du Schlitzer spielst und du bist alleine. Denkst du mal an mir. Ist das so voll der Horror-Movie? Denkst du ja, oh Mann, ey, Merlin, ey. Ey, Merlin, warum machst du? Warum bist du nicht an meiner Seite, ey? Das ist... Weiß ja, die Schlitzer kommen um die Ecke, Alter. Wollen wir mal ein bisschen Laydown. Einladung angenommen. Mein Bro ist nicht am Start. Tune Buggy, weißt du, was behindert ist? Du siehst die Autos nicht, die du auswählst. Und das wäre schon echt vom Vorteil beim verfickten Sumo-Ringen. Was ist ein Biff da? Kann man das essen? Ist das die Fake-Version von Beefy in GTA oder so? Und dann reite ich auf dem kleinen Würstchen in den Sonnenuntergang. Ich nehm' jetzt den Liberator Bitches, ey. Und wisst ihr warum? Weil ich keine Ahnung habe. Ja, auf jeden, Alter. Ja, auf jeden, Alter. Ich bin auch der Chef anscheinend, weil ich ne Jacke am Start hab' und die nur in scheiß T-Shirts rumlaufen. Alter Schwede, ich hab' den verfickten Monster Truck! Niemand wird mich von dieser Insel werfen, Mann! Nee, 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 nee. Ja, absolut. Das ist aber der guten Qualität geschuldet. Also, so ist die Quali einfach viel besser. Alter, fuck! Die ficken mich ja jetzt schon hier runter. Nee, nee. Das kannst du vergessen, ey, Digga. Ey, der ist genauso riesig wie ich. Der hat, glaub' ich, auch einen Monster Truck, Alter. Der ist auch Gravedigger-Style, den ich hier habe, Alter. Das ist ein Van, Mann. Hat jemand früher Monster Truck, Alter, auf DSF geguckt, nachts, wo da noch keine Pornos liefen, ey? Ja, Mann. Hammergeil! Und Lumberjack, wo die Dingens gefällt haben. Bäume und so'n Kack, Alter. Und auf denen im Wasser rumgeritten sind, ey. Hä? August Swizzle? August Swizzle? August Swizzle? Sag dir das. August Psycho? August Swizzle? August Swizzle. War so'n Typ derart so'n Traktorreifen durch die Gegend. Ach, natürlich! Auf jeden! Und dann haben die irgendwelche Trucks da gezogen und so'n Scheiß, Alter. Ja. Das lief auch auf DSF-Tatsache. August Swizzle. August Swizzle is on the beat. Der Swizzle in the beat. Ja, absolut. Ist auch kacke. Den einzigen, den ich runterstoßen könnte, ist der vielleicht. Ey, fahr zur Hölle, du Huren! Das war knapp, Alter. Ich hab' mich nicht gerade auf die Seite gelegt. Hallo. Alles cool, Mann. Alles cool. Ey, guck mal, wie ich über den rüberfahre und hör' dir den Zau- Du fällst jetzt da runter. Ne, tut er nicht. Ey, ohne Scheiß. Wir werden das hier noch 30 Millionen Jahre jetzt spielen, ey. Weil die mich nicht runterstoßen könnten und ich die auch hätte. Ja, hier, auf dem Dach war das eine andere Geschichte. Hier ist das so'n bisschen tricky. Obwohl, der eine der fährt schon von selbst. Bist du auch gerade im Zuschauermodus oder was? Bäh, Baby. Dich hab' ich jetzt getwerkt, Alter. Oh, 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 oh. Du bist der Letzte, ey. Wow, 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 hast du das gesehen? Wie der unter mir hergetaucht ist, der Mixer. Scheiße. Aber gut. Ist er noch ne Runde am Start? Warte, dann ist er fertig. Ich weiß es nicht. Ey, wolltest du Tron jetzt nochmal anmachen? Boah, hab' ich dich eigentlich eingeladen. Obwohl, wir müssen gleich für Schlitzer abstimmen. Stimmt, ey. Stimmt, die Schlitz. Ja, aber das Ding ist, dass du dich hier Grund und Boden lädst, wenn du erstmal wechselst. Hammer, wann Citrus da auch erst ankommt, ey. Jetzt, crazy, crazy. Jetzt, crazy, crazy. Aber ja, der hat mich richtig untersteuert. Das ist sicher voll Psycho, ey. Dann hast du mich im Chor so. Aber du Figaro, aber du Figaro. 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 Ja. Alter, Alter. Wie ich abhebe, wenn die unter mir hertauchen. Das ist so crazy. Komm schon, Gravedigger. Ich glaube, da bin ich sogar eben ein bisschen dran von. Ich kann mich noch an Bigfoot erinnern und an Gravedigger, Alter. Eine Bigfoot blau-weiße. Oldschool-Standard-Pickup, Alter. Und Gravedigger war dieser crazy Van-Mann mit den grün-schwarzen Optik und den Totenschädel auf den Dingern. Ja, ja. Monstertrucks waren cool. Ja, ja. Wir hatten früher sogar ein Monstertruck-Rennen bei uns in Jöllnbeck, Alter. Im Dorf Part von Bielefeld, gab der auf dem Bahnhofsplatz. Boah. Da hat sie aber zerfickt, du. Hier ist auch wieder dieser Ferrari am Start. Der ist jetzt aber ein Gegner. Das ist schon cool, ne? Dieser Lumpen. Abel-Figadur, 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 Figadur. Jetzt ist so Dü-Dü-Dü. Achso, der ist auch gerade gefallen, toll. Deine Mutter, U. Dü-Dü-Dü-Dü. Er ist so, guck mal, ich bin der König der Welt, ey. Määäää. Diese Insel soll doch irgendwas darstellen, nach Lemming oder so. Fäber 5000. Die Mutter des Papstes. Die Mutter des Papstes. Ich will nicht mehr dieses verdammte Spiel spielen. Lenny, was ist denn los schon wieder? Ist doch voll chillig hier im Wohnzimmer. Naja, wir buffen zusammen ein, du kannst auf dem Dingens liegen. Musst wieder checken, ob irgendwelche Leute uns das Koks klauen wollen, ne? Also das Virtuelle natürlich. schwester von der schwester alter jetzt kommt hier auch noch die topgarten mucke oder was die russer als gesellschaft alter im stream gekriegt ihr seid jetzt zu zweit jemand unbekanntes möchte von der an die hand genommen werden und ins gesegnete land des jajos geführt schreibt doch mal hallo der ist wie so ein kleiner schiwawa der einen ans bein vögelt ganz er ist der verrückter kerl da drüben doch mal eigentlich es ist immer noch im loki loki modus oder spielst du mittlerweile mit zinder ich spiel mit hier echt was bist du auf der anderen seite schwein wir du bist ja ohne scheiß alter die massen in deutschland gerade dem herzinfarkt aber das war es dann alle auch so weiß ich habe auch nur zwei zuschauer weil server von twitch einfach so dermaßen down gerade sind weil die anstürmer auf unseren stream hier gerade monumental denn dieses sumo match wird in die geschichte der videospieler gehen wow scheiße auf napoleon donaparte oder irgendein cäsar alter in 2000 jahren spricht man von dem jay joe zinder die mann monumente auf der insel ist das nicht verpassen dieses können wir uns nicht berührt spektakulär gta welt die ist eine klasse welt wäscher habe ich immer noch viel ganz am laufen die danger guck mal nach dieser ansage bis jetzt schon wieder alle im stream zieht was es läuft es tut mir leid ich wollte nicht so überheben sein das ist doch einfach nur scheiße mehr ich kann das hier nicht mehr vertreten ich bin umgekehrt und ich in rolle mich im kreis bist du das der kleine bau er hat immer jetzt will ich virtuellen schmack war aus ihr die rauf die td die td die td lasst uns harte liebe auf diesen felds in der brandung machen die td die td warum bist du denn raus ich dachte du wärst aus dem spiel geflogen okay ihr seid einfach nur runtergefallen du kannst mich mal du kleine zecke alter ich werde deinen monumentalen riesen bruder ich bin ein behinderter in die karte werfen das ist hier so richtig der pinky und der brain alter er kriegt mich nicht das ist ein tanz wie bei speed racer jetzt fahr endlich die klippe hier runter der ist weg vom fenster der ist weg vom fenster ein match werden wir jetzt ja wohl in ehre noch gewinnen ich fahr einfach über ihn rüber guck mal ich muss ihn jetzt so locken guck mal ich bin hier ja okay jungs ihr solltet schon mal kaffee aufsetzen das könnte noch ein bisschen ich liebe dich du kleine der ist da selber runtergefahren siehst du psychologische kriegsführung er hat einfach nicht mehr ausgehalten mit dir mit mir auf dem berg er ja mann wir sind gewinner 2 zu 2 es heißt da kommt noch eins oder wie ende vom lied ist wir haben auch mehr bargeld auf tasche drum heißt es wohl dass wir so eigentlich hätten gewonnen aber gut ey wo ist denn das zweite ding hier hin da hat sich zitrus gekickt und ich den joint angeschmissen oder auch nicht du bist irgendwie mit meinen stream zusammen gemorft und eins geworden du konntest nur noch dich über den chat ich hab schon gedacht ey es gibt es nicht was ist er denn wir flippen wieder aus da hinten steht ein orangener auf der klippe schmeißt den mal runter bevor der checkt dass er nicht am leben ist ey wie die alle auf mich jetzt losgehen so bringt ihn um er hat unsere familie getötet die 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 guck jetzt lebt das schwein alter Ja, aber das ist es ja eben Psychologische Kriegsführung Den Feind zermürben Hintergehen Kontern Und dann fällt er von selbst Er hat seinen Kollegen runtergeworfen Das war gut, ey Das war gut, ey Da kommt der Dicke Und der Nächsten hat es runtergerissen, ey Ach nee, we build this city on rock and roll Ey, was willst du denn von mir, du Kackvogel Fass mich nicht an, ey Jetzt sind die richtig aggro Jetzt sind die richtig aggro Ja, ja, ja Du hast uns alle runtergeworfen Geil Voll krasse Nummer gerade Die waren auch nur noch Tunnelblicke Außer wenn wir jetzt für Spitzer abstimmen können Das ist gruselig Das ist wie Freitag der 13. für Arme oder so Glaube ich Genau Hammer, wie die auch erfolgreiche Multiplayer-Spielkonzepte einfach kopieren und richtig geil hier rein Ey, hört dieser Scheiß denn niemals auf, Mann Befreit uns, Herrgott von dem Wahnsinn Wir bilden sie es Oh Gott, Alter, der Joint ist ganz schwer falsch bei mir angekommen gerade Ui, 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 das hat meinen Hals zerfickt, ey Jetzt muss ich aufpassen Boah, ich hab einfach mal nicht gebetet Geile Nummer Ey, du hast auch das beste Katapult dafür Ist der wieder hochgekommen Was macht der denn da? Der ist wieder hochgekommen, das gibt's nicht Den hab ich runter, schubs ihn, schubs ihn Alter, ich brenn mich ab Nein, nein Nein Ich glaub, da stehen nicht mehr viele oben mehr Da sind doch jetzt schon wieder vier Mann gleichzeitig abgeschmiert Ey, hammerhart Uns hat's auch direkt in einem Schlag zerrissen Oder wie läuft Wir sind trotzdem für Warum wechselt das Bargeld denn die ganze Zeit Und wird nicht einfach mehr Wir hatten doch auch mal 5700 Das ist ein Schwachsinn Siege 3-3, was für Siege 3-3, Mann Wir haben doch gerade eben 3-2 gespielt oder so Die verkackern uns doch hier Das Ding geht nie zu Ende Das sind die nächsten 24 Stunden Retten sie jetzt schon mal ihre Kinder Das muss das letzte sein, Mann Ey, es ist schlimm, wenn ich das Also im Stream offenbart sich dann so Wie schlecht ich eigentlich diese ganzen Texte kenne Die ich da versuche nachzusingen Bei mir verschwimmt das einfach nur zu so einem Brei, der geil ist So ein Video von YouTube oder so ein dicker Alter in den Passagen rumläuft Und dann läuft da auch so die Epic-Mucke so I will go on Und dann schalten die von der Mucke auf einmal um so Und dann hört man ihn so singen so I will go on Und dann die Leute gucken alle so Ey, ist der behindert, Mann? Was hat er sich denn reingezogen? Ich halte ja schon, er ist im Maul Das war sehr lustig Was macht ihr denn da? Hammer, Zinder, du hockst da noch auf der Warst du jetzt den Rückwärtsgang eingelegt? Ne, ich hab den Rückwärtsgang, ja, ist von automatisch Schade, schade, schade Kann nichts machen Aber ich hoffe, jetzt ist mal hier vorbei Ich hab 30.000 kassiert Wir müssen gewonnen haben, Alter Ey, das liegt daran, dass hier so viele Runden gespielt werden Wetten, die haben jetzt 60.000 oder so gekriegt, Alter Meine verfickte Fresse Ich würde das ja gerne abschalten Aber Twitch lässt es nicht zu Da gibt es keinerlei Optionen für, Alter Und bei YouTube lassen sie mich erst Werbung schalten Wenn ich 10.000 Aufrufe habe Läuft bei den ganzen Dingern Ey, guck dir das mal an Powermat, Alter Digga, da läuft man mit diesen Superanzügen rum, ey Wir haben richtig verkackt, Alter Scheiß drauf, wir gehen raus und spielen Tron, ne Alright Machst du einen Sauch, oder was? Ich hab keine Ahnung, was das ist, ey Ich glaub, da musst du dich drum raus Kümmern Läuft Ey, ist das das Ding, Alter, wo so ein Japser am Ende kommt, Alter Und dann so sagt You have not the right gaming stuff, ey Okay Ey, das ist echt schade, hier raus zu müssen, aber wir verlassen euch jetzt, meine süßen Amis Auch wenn das echt Zaster gebracht hat, Alter Fuck off, ey Schade, schade Ja, übel Sollten wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wenn man gleich die Tron scheiße abgehakt Fuck, ey, wie lange wir uns mittlerweile hier mit GTA die Nacht rumschlagen, die Tage Das ist ja unglaublich, wir haben schon wieder 20 nach 2 Könnt gefühlt noch 2 Stunden zocken Könnt gefühlt noch 2 Stunden Freilich 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 Waffenfahrzeuge, guck dir mal dieses Ding an, da hast du gerade diesen roten Panzer gesehen, Alter, mit dem Flugabwehrscheiß da oben drauf Ich bin im Lademenü, ne, Alter Ah, okay, das war da gerade nämlich im Lademenü, deswegen Treibe ich doch da immer rum German Basti ist vom Radar verschwunden Führungsfluss Das ist auch das Ende vom Lied, aber, äh, ich hab da keine Lust jetzt Zu komplex das Thema, um es um 20 nach 2 mit einem Joint in der Hand und einer verstrahlten Runde GTA abzuhandeln Das müsste echt mal einer in den Ort werfen Manche Rolle kann sein soll auch ein guter Ausgleich sein Ja, ja, absolut, Alter, das ist für viele auch der passende Ausgleich, äh Sonst wird der andere irgendwie, Alter Noch ein paar Katzen in Brand stecken oder den Hund, Alter, von der Schwester quälen und so, äh, dann wird das Nämlich auch anderweitig so rausgelassen Muss ja nicht gleich einer sich ne Knarre schnappen, Alter Und seine Schule ausräuchern Verfickte Scheiße Mich hat's grad in die Luft gesprengt, ey Irgendwann hat mir ne Granate unter den Arsch geworfen, geil Das ist fucking GTA life, ey Hey Ah, die hat mir halt auch schon so ein C4 unter den Arsch geworfen Also sprich, unter das Fahren der Autos geht alles hier Ja, Hauptsache macht Bumms Bist du am Lobby eröffnen, Zinder? Hoffe ich doch Ja Das ist nice Alter Schwede, der sprengt mich auch immer noch oder versucht es zumindest Ey, ich hol gleich meinen Panzer raus, du Affenkind, ey Ist ja der Wahnsinn, was hier schon wieder Akko sind, die Typen, so Das ist doch schön Das zum Thema, Leute, die Amok laufen würden, wenn sie sich die alten Ventil an Start hätten Das ist wahrscheinlich einer davon, ey Guckt euch das an, was für ein geiler Kickflip Und es geht weiter, wenn du den Stunt gleich siehst, Zitrus, ey Das war zirkusreif Ich bin am Streamen Kannst du nicht klippen Ende vom Lied, jetzt hab ich ne Einladung oder was, Zinderlein Auf dem GTA-Handy oder was, so richtig Ach nee, da kommt's ja, alles klar Ah, cool, jo Ey, das gehört doch zur Show dazu, die ist parallel im Flickflack gefluckt Ey, keine Ahnung, ey, ich bin jetzt grad wegen der Lobby Okay, geiler, verfickter Scheiß, warum hat mir das vorher noch keiner gezeigt, das ist ja crazy, ey Ey, das ist ja auch noch der Tron Battle, Alter Sprich, wir müssen jetzt unsere Bahnen ziehen und uns da einkesseln, etc., pp., das ist ja crazy, ey Relativ, Alter, die Optik ist einfach zu allgemein Wir benötigen mehr Spieler Ist das so, das ist derselbe Scheiß wie Tiny Fucking Racers, Alter, was mittlerweile abgeschaltet ist, ey Wo hast du denn das gefunden eigentlich, auf der Karte, oder hast du dich da durch die Jobs im Flüge wuselt? Jobs, äh, Gegner-Modus Alle aus aktueller Sitzung kommen schon, ihr Abgefuckten, Alter, ey Das ist natürlich schwer schwul, das könnte man auch locker, Alter Lustigerweise sind wir, sind nicht weit voneinander entfernt, ey Dabei haben wir stellenweise echt getrennt gezockt, Alter Du deine zwei, drei Monate durch, ich meine zwei, drei Monate durch Freunde, die GTA 5 spielen Komm schon, Jungs, tut uns doch ein Gefallen, ey Wir holen auch Victor an den Start, ey, die Nutte bläst euch noch ein, virtuell Na, was ist denn da los? Scheiße, kommen halt noch zwei Jungs, bitte Das ist doch kacke, innen vorbeigetretener Spieler, meine Freunde, von letztem Job hier Ich hab auch keine weiteren Einlademöglichkeiten und Flylo geht mir tierisch auf den Kekse Hammer, was switchen da die Einladungsdinger durch? Was ist? Geistes Zustand, aber im Normalo irgendwie, interessant, äh Interessant, Alter Zerbrechlich, Alter Ach, ich bin auch auf Zinder gerade drauf Wie kann ich ihn noch auf Zinder wechseln? Innen vorbeigetretener Spieler zeigen Da Interessant, dass mein Schleich noch so gut ist, ey Wie ich Stärke gepusht hab, keine Ah Bouncy, bouncy, lady Bouncy, bouncy, lady Ey, wir haben richtig verkackt, Alter Wir haben richtig verkackt, Alter Das ist echt zum Kotzen, Mann, ey Das hätte ich gerne jetzt mal gespielt Das check ich auch nicht, dass Rockstar Games das nicht dauerhaft zur Verfügung stellt Genau wie diese Tiny Racer-Dinger, Alter Zig Millionen sich gleichspielender Missionen am Start haben hier, Alter Im Online-Pool, aber diese geilen Ausnahmedinger nicht Dauerhaft Zelebrieren Ja Da steht aber Spieler 2 von 4 Ist doch kacke Egal, da müssen wir dann mal die Tage Zumindest Tiny Racer ist verschwunden Seitdem das eben aus meiner zuletzt gespielt Liste raus Voll der Kacke, ey, da kommt man nicht mehr ran Das ist zum Kotzen zum Beispiel auch Aber egal, scheiß drauf Dann lass noch so ein Sumo-Ding machen Ein bisschen Experien und Geld farmen Und dann hören wir gleich auch mal auf Oh, da wollen wir ein Ding machen Rennen Stunt Racer Wie könnte ich da Nein sagen, ey Ey, warte mal gerade Ich könnte jetzt eine Bestie werden, Alter Ich hab mich da gerade für angeboten Ich hab mal gerade nur vorsichtshalber meinen Panzer Eine Bestie werden sollte Fick das weg, ey Bist du eigentlich jetzt im selbenen offenen Modus Wie ich wohl gelandet ist? Eine gute Frage, Digga Ey, mein Panzer ist auch nicht weit entfernt Da muss ich direkt nochmal eine Runde Armourk laufen Was soll das, ihr Schweine? Das macht ihr immer Ne, ich bin nicht bei dir Ne, ich bin nicht bei dir Street Life Ich bin schon lange, wirst du da mal auf die Idee kommen Ey, das Ding ist, wenn ich auch einen zweiten Zuschauer mal zwischendurch kriege Und so ist er genau für die Zeit eines Werbespots relativ da Was mir dann sagt, dass er einfach keinen Bock hat, Alter Sich den reinzuziehen und wieder verschwinden Ist schon ein bisschen scheiße von Twitch, dass man das nicht abstellen kann, ey Ei, 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 ei Und voll vor die Wand wieder geräuscht Irgendwie habe ich gerade schon voll die Optikfilme, ey Wir spielen dieses Game einfach viel zu lang Okay, okay, ihr habt gewonnen Ich fahre in die andere Richtung Street Life Zerstöre Waren Ey, kannst du mal weiterfahren Sonst zerfick ich dir weiter, dein Hack, du Wichser Ist das so? Das haben sie ja sogar am PC am Start Was ist denn jetzt los, ey Das ist doch völlig legitim Ey, bei Watch Dogs, Alter Konntest du den Passanten unter den Rock gucken Und wenn das so eine Hippie-Schlampe war Alter, hast du die Kleine Pflaume da sehen Da wurde ein Typ auf der Playstation gesperrt, Alter Weil der so eine Nahaufnahme von dem Fläumchen gemacht hat So voll der Skandal Da kann der doch am Ende nichts für Da muss sich Ubisoft drum kümmern, Alter Der hat doch nur seinen glorreichen Moment aufgenommen, als er das Loch entdeckt Aber dass die Brüste weg sind, das finde ich auch schon Stell schon immer an Ja, wo mache ich? Schick mir eine Crazy, Alter Also haben wir jetzt doch Titten und Schwanz Wie im Mittelalter Sehr schön Da kann man sich doch mal die Offenheit der deutschen Zensur loben Oder der europäischen allgemein Wir sind nun mal Chitem Okay, ich nehme das Ding mal an, ne? Ich spreng mich hier gerade schon wieder durch die ganze Stadt Ja, das ist das Ende vom Lied Also, Lümmel waren dann zwischenzeitlich doch immer ein Problem, Alter Was eine 18er-Freigabe anging Wenn es im künstlerischen Sinne war Und das ist ja bei Filmen immer gegeben Bei Spielern auch nicht so Könnte da schon mal ein Problem bei aufkommen Aber so ein Nippel, ey, den kann man sich doch mal geben Er ist lustiger an der Sache Passend, Alter, wo wir hier jetzt GTA am sind, Alter Wenn ich mich da noch an die wirklich makabere und stellenweise Übers Ziel hinausschießende Folter-Szene erinnere, Alter Ist da ein kleiner Nippel, ey, leck mich am Arsch Aber egal Zinder, wir sind schon wieder so einsam hier Ey, wo sind die 16-Mann-Lobbys, ey? Ja, leider Das ist ja voll der Rotz, du Amerikanischen Ja, ich hole direkt meine Frau Oder Französisch Guck mal da, Gipfel-Apfel, das ist ein Deutscher, ey Falls jemand zuschauen sollte Doch, das auf jeden Fall Aber da geht's auch schon hart zur Sache Da haust du denen die Arme ab und so ein Kram, ey Wie es sich gehörte in einem verfickten Dark-Fantasy-Epos à la Conan, Alter, ey Ey, scheiß drauf, ey Egal, der hat eine Sekunde startet Komm doch drauf an, wie das Rechtssystem ist In Amerika wird zum Beispiel so Pornografie ziemlich Ja, anders da ziemlich Krasser angepasst Ist auch lustig, dass die Entwickler da so konsequent waren, Alter Die kommen sicher auch aus dem Mami-Land Ey, ich nehme meinen eigenen Watsch, auch wenn ich dann langsam habe, wenn du Arsch Nein, ich brauche schon so einen krassen Aktenwagen Wahrscheinlich gegen das, ja, sexistisch Nein Ja, ich weiß, ey Das war so eine abgespeckte God-of-War-Version, Alter Aber für die Verhältnisse echt noch spaßig, ne Vor allem echt aggro Ich habe die Demo gezockt Ich wollte es mir auch immer holen, aber nie zugekommen Hammer, Alter Die haben The Kids and The Cradle jetzt auch hier am Start, Alter Oh, warte mal kurz Crazy ist, dass das das Country-Original zu sein scheint Ey, willst du eine Sekunde warten? Das nur als Rock-Version von Kann ich machen, ey Aber da muss ich dich ein bisschen Was soll denn das? Hör mal auf hier loszufahren Ja, eine Sekunde warten, ey, du Hey, Jimmy, Mann, ich weiß so nicht, worüber du redest, ey Hörks All right Los geht's, komm mal Hammer die Mucke, ich muss jetzt mal aufdrehen, Alter Jetzt höre ich euch leider nicht mehr so gut, aber ich genieße mal gerade den Song Ja, Mann, parallel, Salto, Zinder Wir sind die Stunt-Bros und Alter Schwede, alter Schwede, das war ein Kickflip, ey Warte auf mich, du Schwein Oh no, ma'am Oh no, ma'am Komm schon, Zinder, warte ein bisschen, dann machen wir wieder Stunt-Action Boom Ja, warte mal, komm Lass uns nochmal zurückfahren Ey, wo ist meine geile Hupe hin, äh, fuck Hammergeil, warte mal Von hier aus wird's über die Rambe zusammen Warte, lass uns noch ein bisschen Steigung mitnehmen Uuuuund Okay Eigentlich hab ich ne geile Hupe auf meinem Batscher drauf, okay Ich geb dir an, Schubs, und wir starten Deine Karriere schneller To you Walking to you Ey, Alter, ich hab Bock auf den Kickflip, Alter Was machst du denn, du? Oh, scheiße Entschuldigung Und Boom Da hat's mich zu den weißen Eilen geschleudert Entschuldigung No, 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 man Ach, ich hab ja auch gar nicht meinen Getun genommen, sondern hier so ein Murcielago-Fake noch es ist so scheiße dass sie ist soundtracks nicht okay weiter geht's jetzt geben wir uns den kopf an kopf rennen ich hab bock mal mit motorrad wiederum zu heizen alter schweders gehen jetzt auf dem flughafen gelandet passend zum abheben sind jetzt gibt es wieder salto action scheiße ich habe die bremse reingedrückt damit du mich einholziger voll verkackt okay ich spreng mich ich spreng mich der motor sitzt einfach auf dem schneiden gegen den kopf dann denke ich das heißt klar und dann kommt da gober rum und dann singe ich crowe alter und es entsteht ein neuer wunder das ist ja geil scheiße mich wenn es einfach vor ne decke fallen okay das wird böse enden außer wir schießen alter schwede ich rausche gerade an der strecke vorbei und bin wie eine eins auf dem berg gelandet alter ich hab dich da gerade lang springen sehen im psycho äh oh das kommt auch nicht schlecht hast du die dinge überhaupt schon mal gesehen zitrus alter komischen stunt racer an der ne alter schweders war doch nur millimetern entfernen zitrus lebst du noch wenn du in der röhre bist du bist so leise ich höre dich nicht alt aber ich jetzt habe ich dich wieder am start musste mal von meinem pop haven trip wieder runter kommen aber diese stunt race hast du noch nie gespielt die strecke hier ist jetzt auch nicht so spektakulär nee absolut nicht da war schon krassere nummern gehabt was so ein kleiner teaser was hier abgeht geht hallo zinner lass mir den schubs geben oder auch ne die stadt die stadt die die wir haben die streifen er alter schwede da hinten das panorama Aber ich wusste, dass das... Jetzt mach ich mal scheiße. Oh, das kloppte nicht. Alter Schwede, da fahr ich rechts aus der Rampe raus und schieß schnurgerade auf den Parkplatz. Hui, das läuft. Sechs Minuten 34 schlagen wir uns das jetzt hier auch schon wieder um die Ohren. Oh, okay. Wow, kommst du auf einmal weg. Sinder, da ist das Ziel, ich mach jetzt noch einen letzten Salto. Das bringt mich um, Tatsacke. Ja. Farn. Aber du Figaro. Aber du Figaro. Den kriege ich hin, den kriege ich hin mit. Salto ins Ziel, Alter. Du bist ein bisschen... Pisswasser, Alter. Sponsored this wonderful trip. This is a moral sport heart of America, my friends. Mann, ey, wir haben's 20 vor 3, Alter. Ich würde jetzt noch eine Stunde spielen, dann noch ein Hotdog essen, was Süßes knabbern und sowas. So geht's mir gerade, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Und noch eins spielen. Und dann mit dem Wahnsinn hier endlich schon mal Schluss machen, ey. Hier läuft, dann suchen wir uns jetzt nochmal richtig Schnieges aus hier. Okay, eigentlich hat's keinen Daumen nach oben verdient, ey. Da hatten wir psychopathischere Dinge. Ich weiß nichts hin. In der Mitte da? Okay, ich seh da keine Rampen, aber das könnte cool werden. Die wollten wir doch die ganze Zeit schon machen. Ich wollte auch, Tatsache. Jetzt einfach mal wieder mit nem Bike durch die Gegend cruisen. Wobei die explodieren nicht so wunderschön, wie unsere pinken Flitzer. Aber man kann nicht alles haben. Dementsprechend gibt's jetzt Evil Kneeble Style. Und abgeflickt in den Himmel, ey. Ohhhh. Ohhhh. Immer wenn ich diskriminiert. Mach mal Nachtanzinder. Auf jeden Fall. Mach mal coole Einstellungen noch hier. Ich liebe es bei Nacht zu fahren. Ich liebe es bei Nacht zu fahren. Vielleicht noch ein bisschen Regen. Der Atmo-Wegen. Können wir ein bisschen kuscheln, ne? Ohhhh. Ouuu. Wieuuu. Wiateli. Ouuuu. Wнееuuu. Waires proximiert auch Wieuuu. Ok, es ist wirklich großartig. schnell start spieler einladen von der letzten sitzung keiner da war am verkackten starten jetzt geht es los hier dddd kann es vergessen dinge oh hier ist ja ein offenes twix man das ist sogar die oldschool bike abteilung schieße hier als green länder durch die gegen bestätigen stand über sieben brücken ich glaube das haben wir sogar schon mal ganz zu anfang mal wo man an so container gleich vorbeirauscht kann mich aber auch schwer irren da geht es auf jeden fall schon mal steil bergab auf jetzt kommt auch wieder das gute alte bike handling an start schön den vorderreifen in luft oder kriegen wir richtig speed drauf baby alter er zieht einmal die schuhe aus er ist gerade voll vor die mauer gerauscht der affe und ich habe abgebremst auch glücker aber ich sitze ihm gut im nacken die strecke bockt mich an absolut unspektakulär aber lässt sich irgendwie super fahren mit dem ein bike alter was ein motorrad Ja, ja, klar, aber nur ein bisschen, ne? Kannst den Sprung ein bisschen erweitern. Scheiße, Alter. Ich mach so ein paar Flüchtigkeitsfehler. Der fährt perfekt hier ruhig. Der könnte ruhig nochmal vor eine Wand rauschen oder so. Ey, bremsen ist auch gar nicht nötig. Ey, jetzt geht's hier in den Bunker, oder was? Was denn jetzt passiert? Der hat mich abgebremst. Hä? Flashback. Tatsache, die müssten eigentlich schon längst da sein, Alter. Weiß ich gar nicht. Ich meine da schon, YouTube-Videos gesehen zu haben. Hammerhart, ey, wie wir jetzt hier über die Schiffe am Jumpen sind. Das ist echt Stylo. Aber der Typ scheint über alle Berge zu sein. Bockt mich gar nicht an. Flashback. 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 Alter, der hat's verkackt und ist abgestürzt. Geilo, ich bin auf den Ersten. Flashback. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Damit ich... Ey, fuck, 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 crazy. Crazy, 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 crazy. Fuck, Alter. Nein, da hab ich nicht mit gerechnet, was jetzt mit der Strecke passiert ist, einfach. Da wusste ich echt nicht mehr, wo oben und unten ist. Das macht der Affe. Er ist gerade nach rechts gesprungen, wollte eine Abkürzung fahren und das kurz vorm Ende. Flashback. Flashback. Ja, sauber. Ich sogar mit der Chopper 2er gewonnen. Ich muss noch einen nachlegen, aber ich glaube... Glauben nicht. Dass ich da einen YouTube-Kanal habe. YouTube-Kanal habe. Das ist vielleicht sich mit der Zeit ein wenig entwickelt. Ach. Das liebe Twix. Inwiefern. Hm. Wenn das Kämpfen wichtig ist... Relativ, Alter, äh. Wenn ich, Alter, meine Babys großziehe und Fleisch sammeln muss, hacke ich da sicher mehr Viecher weg, Alter, in so einer ganzen Connet-Session, äh. Aber gut, du wirst da vielleicht... Naja, es gibt auch PvE, Alter. Ich frage mich sowieso, wie das dann relativ abläuft. Dann musst du dich ja sozusagen gegen die Welt zur Wehr setzen. Und ja, da gibt es dann den einen oder anderen Gott und, glaube ich, auch ein paar Höhlen. Und etc., pp., feindliche KI-Stämme. Keine Plorn. Er ist sogar mitgekommen, die Sau, leu. Mach das Ding nochmal bei Nacht an und dann ist gut, ey. Der atmet schon schwer, wir müssen jetzt echt so langsam aufhören, ey. Blockiert. Und er ist dann...